Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video zur Kampagne der Legionsrichter mit Pesh7.2, um unseren neuen Follower zu holen, heute mit dem Paladin und da machen wir erstmal schöne Hochlord-Sachen, gehen aus unserer Klassenhalle raus, aus der Kammer des Schreckens und suchen erstmal ein Schwert, nee, das war was anderes, wir haben schon eins, den Aschenbringer und segnen die ersten mal, beziehungsweise prüfen unsere, ja, neuen Lehrlinge, ne, und erlauben denen quasi in so einem, ja, Ritus hier quasi, den Orden beizutreten. Ja, relativ unspektakulär, dachte ich, hab aber zum Glück weiter aufgenommen, denn das ist natürlich nicht nur so ein kleiner Ritus, so Friede, Freude, Eierkuchen, sondern damit können wir natürlich auch aufdecken mit dem Licht und haben hier den ein oder anderen Schreckenslord, der wieder versucht hat, uns zu infiltrieren und hier unsere Geheimnisse aufzudecken, insofern ist das also, ja, schön hier, ne, komm, du jetzt auch, so, Glück gehabt, ne, der muss sich auch gedacht haben, der hatte auch ein paar Schweißperlen auf der Stirn, nehme ich an. Ja, also nicht nur so ein normaler kleiner Ritus, ne, vom Hochlord mal gesegnet worden sein, sondern eben auch ein Test und unsere gute Delas sagt dir was ganz Interessantes, nämlich sie fragt sich, wie sie wohl abgeschnitten hätte, wenn sie da draußen gestanden wäre. Ich weiß nicht, warum wir der jetzt nicht auch mal so ein Richterteil auf den Kopf hauen, ne, nachher ist die Nachtelfen Paladin Schreckenslord, ja, würde erklären, warum die das so verbinden kann. Krass, in dem Fall helfen wir ihr, die ja sowieso ein untypischer Follower ist, denn Nachtelfen Paladin gibt es ja noch nicht und reisen hier nach Valsharal, diese zerstörte, von Harpien beheimatete Stadt mittlerweile und finden heraus, dass das eben ihre Heimat ist, ihr Heimatdorf und kriegen dazu ein bisschen mehr Lore, was ich sehr schön finde, dass hier solche bereits integrierten Gebiete und Questpunkte eigentlich nochmal, ja, einen neuen Integrationsfaktor quasi erhalten haben. Ja, Pegida-Demonstranten jetzt angespannt bei diesen Formulierungen, aber grundsätzlich geht es hier nicht um ein Migrationsproblem von Harpien, sondern um einen Fluch, der ihre Familie heimsucht und, ja, sie wollen hier eben, dass wir gucken, was da los ist, ob wir da wen retten können und so weiter und so fort und wir sehen schon, viel ist hier nicht zu retten und wir bringen vor allem Sachen in Erfahrung, das ist mit das Einzigste, ja, nämlich, dass ihr Volk, ihre Familie, ihre Heimat, ihre dörfische Gemeinschaft verflucht wurde und, ja, für immer an die Legion auch gebunden ist und jetzt in negativer Geisterformel immer noch durch die Wälder streift und allerhand Schandtaten begeht und dementsprechend läutern wir natürlich Paladin gemäß, indem wir ordentlich auf den Kopf gehen, ne, völlig logisch und versuchen natürlich nebenbei was über diesen Fluch rauszufinden, indem wir alte Erbstücke und Tagebuchseiten suchen und bringen das dann zu ihr und, ja, wollen ihr das auch nicht antun, dass ihr das alles seht, ne, denn schön ist das eben nicht, insofern war das hier der erste Teil und wir haben auch Tagebuchseiten gefunden, ja, Problem ist, sie sind so in so einer seltsamen magischen Schrift verfasst, da müssen wir erstmal Dämonenblut sammeln und so weiter und Teufelsessenzen, und das heißt also schnell zur Küste, paar Dämonen klatschen und dann hier mit dem Blut die Runen zum Leuchten bringen und lesen und tatsächlich erscheint dann, wenn wir das tun, ihr Onkel aus einem solchen Medaillon, was wir da gefunden haben, was viele dieser Geister eben auch am Hals tragen und er erzählt uns dann, dass er derjenige war das damalige Oberhaupt, was also sein Volk und ihre Familie damit eben verflucht hat, so ein klassischer Bannfluch der Legion, ja, hier legt diese schönen Halsreife an, dient uns und ihr kriegt Friede, Freude, Eierkuchen und Unsterblichkeit und Schönheit und noch ein bisschen Nutella auf die Eierkuchen, alles solche Sachen, ja, und tatsächlich überraschenderweise so ein bisschen Tenryu Bitu One Piece Halsreif Style, ja, der ist nicht so geil, ja, der ist nicht so geil, wir sehen das hier, dass ihre Geister eben durch diesen Halsreif an die Legion gebunden sind, also man ganz einfach, einen ganzen Nachtelfenklan hier versklavt, durch die Macht der Worte, ja, gut, letztendlich hätte man denen das bestimmt auch mit Gewalt anlegen können, aber Elfen, ne, hochwohlgeboren, ja, noch mehr davon, schön, ein schöner Halsreif, ach, ist ja toll, von einem Dämon, was soll damit sein und, ja, die hat eben, die haben ihren Dienst erfüllt, so ein bisschen Deal mit dem Teufel mäßig, ja, zur Zeit ihres Lebens und jetzt im Tod, ja, können wir die eben noch befreien, die Geister, indem wir diese Halsreife, die sie immer noch tragen, auch im Tod quasi, mit der Macht des Lichts, mit unserem Aschenbringer reinigen. Insgesamt eine recht schöne Geschichte, wie ich finde, auch wenn die jetzt meiner Meinung nach nicht so großartig ins Gesamtgefüge einzuordnen ist, ja, wenn wir gucken, was wir beim Todesrittern, beim Krieger gemacht haben, das war recht interessant, ich meine, wir haben hier jetzt einen ganzen Nachtelfenklan befreit und auf den Weg des Lichts in die Reihen der Paladine aufnehmen können oder auf diesen Weg begleiten können, das ist natürlich auch schön zur Rekrutierung, aber, ähm, riesige Drachen, die halbe Dämonen-Initiativen vernichten, gegen Nachtelfengeister mit einem Hammer, I don't know, ob die Paladin-Kampagne jetzt im Großen Gesamten so krass einzuordnen ist. Fakt ist, wir haben mehr Hinweise auf Nachtelfen-Paladine, wir haben eine schöne, abgeschlossene, in sich gekehrte Geschichte für einen unserer Anhänger und, äh, ja, wie immer, recht angenehmes Gameplay für jedermann. Ja, toll. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde, das war es soweit von der Kampagne und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt, bis dahin, haut rein, tschau's!